Ich begrüße Sie zu Israel Netz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Millionen Menschen waren am Dienstag in ganz Israel unterwegs, um den 65. Unabhängigkeitstag zu feiern. Teils starke Bewölkung und stellenweiser Niederschlag hinderten die Israelis nicht daran, in der Natur zu grillen. Zehntausende nutzten die Gelegenheit, um Polizeistationen oder militärische Einrichtungen zu besichtigen, die an diesem Tag für die Öffentlichkeit zugänglich waren. Premierminister Netanyahu betonte in einer Videobotschaft, die Israelis lebten gegenwärtig im einzigen jüdischen Staat. Dafür hätten Juden über Generationen gebetet. Israel sei ein leuchtender Stern der Freiheit, der alle seine Bürger wertschätze, ob sie Juden seien oder nicht. Der Festtag folgt unmittelbar auf den Gedenktag für die gefallenen Soldaten und die Terroropfer. Der palästinensische Premierminister im Westjordanland, Fayyad, hat am Samstag sein Amt abgegeben. Vorausgegangen waren Monate der Spannung zwischen ihm und dem palästinensischen Präsidenten Abbas. Abbas nahm das Rücktrittsgesuch an und lobte die Verdienste Fayyads. Er bat ihn, bis zur Ernennung eines Nachfolgers geschäftsführend im Amt zu bleiben. Noch ist unklar, wer den Posten übernehmen soll. Antedon, eine Hafenstadt aus biblischer Zeit im Norden des Gazastreifens, wird mit Bulldozern zerstört. Auf dem Gelände mit gut erhaltenen archäologischen Funden soll ein Trainingslager der Hamas entstehen. Antedon wurde vor rund 3000 Jahren von den Mykenern gegründet. Eine französisch-palästinensische Archäologen-Expedition hat Hafen und Stadt zwischen 1995 und 2005 teilweise freigelegt. Antedon wurde 2012 vom UNO-Beobachter Staat Palästina für das Weltkulturerbe der UNESCO vorgeschlagen. Beim diesjährigen internationalen Bibelquiz in Jerusalem gab es zwei Gewinner. Jeschai Eisenberg aus den USA und Elior Babian aus Israel. Es ist das erste Mal seit 20 Jahren, dass ein Jude außerhalb Israels den Preis erhielt. Die Sieger wurden von Premierminister Netanyahu ausgezeichnet. Dieser betonte in seiner Rede die Bedeutung der Bibel für Israel. Die Bibel sei das Buch der Bücher und verkörpere das spirituelle Leben, die Hoffnungen und die Gebete der Israelis. Am Bibelquiz nahmen insgesamt 58 Jugendliche aus 26 Staaten teil. Der Wettbewerb wird traditionell am Israelischen Unabhängigkeitstag ausgetragen. In Bieseid bei Ramallah ist der Grundstein für das künftig größte Museum in den Palästinensergebieten gelegt worden. Ab Ende 2014 sollen dort Kultur und Geschichte der Palästinenser erfahrbar werden. Laut dem künftigen Museumsdirektor soll in den Ausstellungen die Geschichte von Muslimen, Christen und Juden berücksichtigt werden. Das Museum sei ein Schritt auf dem Weg zu einem palästinensischen Staat. Es stelle 200 Jahre palästinensischer Geschichte dar. Das war Israel Netz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen.